Das ist ein Kappt, mit Schuhe oder Böse, die ganze Zeit. Wir nehmen hier einen Top-Tipp, wo wir zusammenbinden und so das gebeten. Darum ziehen sie sich auch auf den Tisch zu holen. Was ist ein Ratter? Hä? Ein Ratter? Wie ist es? 2-3 oben? 2-3 oben! 2-3 oben! Vielen Dank.